Nächstenliebe, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Als Caritasverband für die Diözese Osnabrück verpflichten wir uns dazu, die Umwelt zu schützen, jegliche Umweltbelastungen zu minimieren und unsere Umweltleistung zu verbessern. Unsere Verpflichtungen und deren strikte Einhaltung sind nicht nur Worte, sondern bilden den Grundpfeiler unseres Umweltmanagements gemäß den Standards der ISO 14001. Mit diesem Umweltmanagementsystem kommen wir unseren Zielen näher und fördern dabei Verantwortlichkeit sowie Transparenz. Wir berücksichtigen bei unseren Handlungsentscheidungen stets den Grundsatz der Suffizienz und nutzen unsere Ressourcen effizient und sparsam, ohne jegliche Qualitätsverluste. Wir vermindern die durch unsere Tätigkeiten verursachten Umweltbelastungen, soweit es wirtschaftlich und technisch umsetzbar ist. Außerdem nutzen wir unsere Ressourcen pflichtbewusst und innerhalb natürlicher Kreisläufe, um Ökosysteme zu erhalten. Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln und bieten anderen Organisationen Unterstützung und Zusammenarbeit im umweltverträglichen Handeln. Darüber hinaus engagieren wir uns aktiv für eine gerechte Umwelt- und Klimapolitik – auf regionaler und überregionaler Ebene. Unsere Umweltpolitik ist ein Versprechen an die Zukunft. Eindir Differenziale Mit Fremd thanen Herr Differenzial Genere mit Fremd thanen bumps in die Kondition Kondition